Es ist wieder soweit. Ich errate eure Fortnite-Ranks in der neuen Fortnite-Season. Ihr hattet die Möglichkeit, mir eure Clips einzuschicken. Die Season ist mittlerweile zwei Wochen alt und wir reagieren jetzt drauf und gucken, wie weit ihr gekommen seid. Und bevor wir mit dem Video starten, vergesst natürlich nicht, den Creator-Code-Karte um Itemshop einzutragen. Wie vielen Dank an denen, dass es tut. Und ich würde sagen, wir starten. Okay, wir haben auch schon die erste Person und zwar YH, YH, YYH, Baddy. Okay, wir schauen mal, was die Baddy so drauf hat. So, Looking for Trio 1 von 3 only, Best Fighters 200 PR. Okay, okay. Er spielt Anschein-Controller. Okay. Okay, gute Edits. Der ist Unreal. Der ist 100% Unreal, Freunde. Also wenn er die Season gegrindet hat, wovon ich ausgehe, dann ist der Unreal. Alter. Für Controller-Spieler sind das aber gute Edits, oder? Alter. Ja, okay, der ist 100% Unreal. 100%, 100% ist der Unreal. Aber es sind halt nur Creative-Clips, ne? Kann halt sein, dass es so ein Creative-Verrier ist, ne? Das könnte auch sein. Dann ist halt natürlich wieder was anderes. Wir gucken mal, was die Baddy für ein Rank ist. Aber meine Prediction ist, die Baddy ist Unreal. Ja, Chat. Guck mal, wie gut ich bin. Direkt richtig erraten. Okay, der nächste. G7 N-Vetox Prime. Okay, wir gucken mal, was der Mann so drauf hat, weil der hat Prime im Namen. Okay, Creative-Clip schon wieder. 1v1 oder was? Okay. Okay, bauen ist schon mal solide. Edits sind solide. Auch Controller-Spieler, glaube ich. Alter, Mixed-Damage. Das war's schon. Kurzer, knackiger Clip hier von Vetox Prime. Und ich sage, Vetox ist... Ja, Edits waren nicht so gut. Ich sage, er ist Elite. Okay, er ist auch Unreal? Okay, sorry. Die ersten beiden, die wir haben, sind direkt Unreal. Anscheinend beste Community oder so. So, dann haben wir den nächsten. Weha. Ach du Scheiße. Ihr wird wieder gefilmt. Ihr wird wieder sein... Der Monitor abgefilmt, Freunde. Okay, Clip ist aus der letzten Season. Okay, Edits. Okay. Okay. Bam. Tot. Wir hören die PS4 im Hintergrund am Ackern. Also, ihr hört mal genau hin. Die ist richtig, richtig am Ackern. Aber... Edits sind clean. Macht der ziemlich gut. Ich sage, es sind oft die Konsolen, Leute, die grinden. Ich sage, der Mann ist Champ. Oh, schon wieder richtig geraten. Wie gut bin ich bitte, Champ? Wie gut bin ich bitte? So, nächster Spieler. Easy Dead. Wir schauen rein, was der uns reingeschickt hat. Okay, Pump gemisst. Boah, schöner Pump. Ja, Edits waren lange mehr als meine. Aber... Holt einen Champions-Spieler. Okay. Er tötet einen Champions-Spieler, aber es ist kein aktueller Clip. You can't blame this shit. Oh, der ist nicht mal deutsch. Wer redet hier? Not me. Ah, okay. Holt einen. He's popping mad kit. The white one. He's popping mad kit. He's popping mad kit. Yeah, das ist nicht... Okay. One V2 oder was? One V2 oder was? Oh, was? So, who is this other one? I mean, I killed them both. I killed them both. What? I killed them both. Just rebrand them. Rebrand them. That makes no sense. You need to pop full Fizz. Just saying no. Okay, One V2-Klatsch. Das eine war solide. Boah, ist so eine Unreal? Schwierig. Schwierig, ob so ein Spieler Unreal ist. Ich predikte mal, er ist Champion. Jetzt Elite, sonst immer Unreal. Ah, okay. So, wir machen den nächsten. Tai Lory. Creative Clip. Okay, wir machen Vollbild und Abfahrt. Okay, Edits sind clean. Oha. Oha. Ich glaube, er spielt auf Konsole mit Maus und Tastatur. Aber dafür extremst clean. Sehr, sehr clean. Aber ist wieder halt nur creative, Freunde. Ist nur creative, deswegen ist er Elite. Er kann auch Unreal sein. For real, er kann auch Unreal sein. Man hat so wenig bei dem Clip gesehen. Ich sage erst Unreal. Ich sage einfach, er ist Unreal. Ah, okay. Okay, ich liege richtig, Freunde. Ich liege richtig. Wichtig. So, wir haben jetzt Akurix. Neuer Clip. Wir gehen rein. Aus der aktuellen Season, glaube ich sogar. Jo. Jo. Alter, shit out. Gar nicht laut, oder? Gar nicht laut. Warte mal, wir machen ein bisschen leiser. Ich will kurz gucken, was für einen Spieler er getötet hat. Okay, okay, okay. Er hat einen Dia-Spieler getötet. Edit war clean. Das Brain war ein bisschen lost. Aber er ist mindestens Dia. Und weil er Solo-Rank spielt. Die Leute, die Solo-Rank spielen, sind meistens nicht so hohen Rank. Deswegen sage ich, er ist Elite. Ah, Dia 3. Aber nah dran. Nah dran. Der Mann muss auf jeden Fall noch ein bisschen grinden bis Unreal. So, wen haben wir jetzt? Philipp-JKA. Zeig mal her, Philipp. Lol. Ja, was ist das? Chapter 4, oder nicht? Hä? Warte mal, ich muss muten. Ach, das ist eine Montage. Ich mute mal lieber, wegen Copyright. Okay, der Hammer. Junge, Hammer war auch ein wildes Item, sage ich euch ehrlich. Also da haben wir auch den einen oder anderen lustigen Clip immer gehabt. Aber der Mann ist Maschine. Aber die Clips sind halt uralt, ne? Also die Montage sieht echt... Ja, okay, der ist Unreal. Wenn er heute noch aktiv zockt, ist der oder sein Arsch auf jeden Fall Unreal. 100, 100%ig. Es geht gar nicht, dass er nicht Unreal ist, wenn er so gut ist. Guck mal, der clippt einfach irgendwelche Spieler. Das war sogar noch Arena. Ja, okay. Okay, also Philipp, wenn du aktiv spielst, wenn du das überhaupt bist, was du hier reingeschickt hast, dann sage ich, ist er Unreal. Unreal Platz 1798. Okay. Er hat sogar genau seine Platzierung angeschrieben. Macher. So, wen haben wir hier? Karl. Karl ist der Erste, wer auf meiner 1v1 Map ein Clip erspielt. Karl, meld dich auf den Discord. Du kriegst von mir 1.000 V-Bucks. Meld dich mit diesem Account auf dem Discord, mach ein Ticket auf. Du kriegst von mir 1.000 V-Bucks, weil du ein Supporter bist, Bruder. Ich supporte die Leute, die mich supporten, zurück. Und jetzt zeig mal her, was du so skillmäßig drauf hast, Karl. Ach, du Kacke. Okay, Double Edits sind clean. Die Double Edits sind zumindest clean. Er ist Controller-Spieler. Okay. Okay. Boah, schwierig. Karl, du bist ein Macher, ne? Du supportest meine Map, du grindest meine Map. Das ist schon mal wichtig. Boah, aber ist das mehr als Platin? Ist das mehr als Platin vom Movement her und so? Ich glaube nicht. Aber er gibt sich Mühe. Okay, Karl. CC Kato hat er auch noch drin. Karl, du kriegst die 1.000 V-Bucks wie versprochen. Seien wir nicht böse. Aber über Platin 3 wird das nicht sein. Was? Elite war gerade noch nicht so gut. Okay. Ja, aber? Macher. Macher, dass er mitmacht. Egal, wie gut ihr seid, schickt immer eure Clips ein. Es ist immer lustig zuzugucken. So, wen haben wir jetzt? Wir haben den lieben Iyamadi. Wir gucken mal rein. Okay. 1 gegen 3. Cash Cup. Situation. Seine Mates sind beide tot. Er hat nur 100 Mets. Also er muss klatsch gehen. Oh, never mind. Hat die Karte von seinem Mate und nochmal Siphon Mets bekommen. Geil. Oh, half full piece. Okay. Nochmal full piece. Schöner Kill. Oh my days, man. You just got destroyed. You got made destroyed. Lol. Dieser englische Akzent. You made got destroyed. Aber was ist er, hä? Es war nur ein Kill. Also sein Editing und sein Peace Control war schon solid. Vor allem für Cash Cup. Wo man immer ein bisschen schlechter spielt. Oh my days, man. You just got destroyed. Okay. Ich sag, er hat noch nicht so viel gezockt in dieser Season. Deswegen ist er Elite. Ah. Richtig geraten. Weil irgendwie, ich glaube, danach ist er gestorben an dem nächsten Gegner. Und er hat es nicht geklatscht. Hätte er das geklatscht und reingeschnitten, dann hätte ich Save Unreal gesagt. So. Keoma. Wir gucken rein. Okay. Wir haben hier wieder ein Free Build. Ohne Ton. Spielt er auf Maus und Keyboard? Er spielt auf Maus und Keyboard. Ja. Edits sind solid. Ah ne. Das ist ein 1v1. Er macht 1v1 gegen irgendwen. Okay. Schöner Pump. Cleaner Edits. Ja. Movement ist ein bisschen wackelig. Aber eigentlich sehr solid. Oh. Pump. Geblockt vom Gegner. Oh. Der Edit war nicht so schlau. Hat er direkt gemerkt. Oha. Oha. Er ist unreal. Oh. Matos Classic. Nicht geklappt. Und jetzt. Und jetzt. Ich hasse diese Menschen. Ich hasse Leute, die im 1v1 die ganze Zeit nur Double Edits claimen und nichts anderes machen. Das ist das Schlimmste. Aber von zwei Seiten. Replace Cone und Pump. Okay. 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 Also der Mann hat schon die ein oder andere Stunde in Creative verbracht. Keoma. Ich sage, du bist Champion. Hä? Wie gut rate ich heute bitte? Wie gut rate ich heute bitte, Freunde? So. Der nächste. Lian. Wir gucken rein. Okay. Lian hat eine Farmers. In Gold. Keiner Clip. Gegner ist AFK. Und er tötet ihn. Aber es ist wieder Reload Modus. Und noch ein Clip. Okay. Gegner vor ihm. Okay. Okay. One Pump. Oder beziehungsweise Mammut Pistole. Das war's. Also wenn er seinen normalen Rank, also beziehungsweise wenn das wirklich sein Rank ist und nicht sein Dingster, Reload Rank, dann sage ich, ist er Elite. Okay. Er ist Unreal. Aber ich weiß nicht, ob er das auf Reload bezogen hat. Das haben wir halt leider nicht gesagt. So. Wen haben wir hier? Bugsy. Bugsy. Schon wieder Creative Clip. Was macht der? Freebuildet der? Ne. One v one. Boah. Ja. Man sieht schon, der ist nicht professionell, Chat. Der ist ein bisschen wackelig. Seht ihr das an seiner Maus? Sein Maus Control ist sehr wackelig. Seht ihr das? Es war gut, aber jeder, der ein bisschen gut ist, der sieht sofort, das ist nicht professionell. Der Mann ist ein, ja. Muss noch auf jeden Fall die ein oder andere Stunde Fortnite spielen. Die ein oder andere Stunde seine Maus in der Hand halten. Weil das Maus Control sehr, sehr unkontrolliert ist. Aber Bugsy, ich gebe dir Elite. Unreal Letzte, diese erst Platin 1. Okay. Ja, okay. Okay, okay. Nehmen wir. So. Der nächste. The Wood. Okay. Das heißt für alle Leute, die kein Englisch können. Das heißt, das Holz. So, wir gucken rein. Oh, Add it. Alter. Wie? Das war es schon? Mehr schickst du mir nicht? Triple Add it gemisst. Gegner bei 1 AP. Okay. Das ist für ihn ein Clip, müsst ihr euch vorstellen, ne? Also er sagt, das war ein guter Clip, das lade ich hoch. Boah, sei mir nicht böse, The Wood. Dia 1. Ja, okay. Platin 2. Ich habe ihn sogar besser bewertet, als er selber ist. So, wen haben wir hier? Miox. Warte mal. Ist das der Miox, der, 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 der deutsche Miox? Der Pro, beziehungsweise der Turniere spielt? Ja, das ist er. Bar Boss Miox. Ich glaube, der hat sogar Earnings. Ich glaube, der hat sogar Earnings. Zeig mal her, was du drauf hast. Okay. Okay, sehr professioneller 1v1-Start. Alter. Okay, ist ein kleiner Up-Aimer. War überhaupt gemisst. Aber edit sehr clean. Man sieht sofort, der spielt edit and release on. Sofort sieht man das. Dadurch hat man schnellere Mechanics. Ja. Und das Clip der? Das war doch nicht krass. Also Miox. Wir können mal hier seine, seine Fortnite-Tracker einblenden. Ich glaube, er hat Earnings, er hat auf jeden Fall viel PR. Und dann sowas? Aber er ist unreal. Ich sage, er ist unreal. Hä? Ist das überhaupt der echte? Das ist nicht der echte, oder? 13 gemeinsame Freunde. Doch, das muss er sein. Platin 1. Der trollt. Der trollt. Der trollt. Okay, wir machen weiter. Paul Panzer. Wir schauen mal rein. Oha. Triple edit. Clean edit. Okay. Okay. Okay, Paul. Fahr einen Gang runter, Bruder. Okay. Okay. Ey, for real. Er ist, wenn ich das so sehe, er ist crazy. Guckt euch mal seine Edits an, wie clean die sind. Natürlich dürfen wir nie vergessen, dass es ein Clip ist. Aber was waren das für clean Edits? Also der Mann ist auf jeden Fall unreal. Elite-Build diese Season. Was? Er ist Elite? Das ist crazy. Hätte ich niemals gedacht. Also hätte ich echt niemals gedacht. Das war wirklich, Edits waren wirklich clean. So, der nächste, den wir haben. Einfach Momo. Die schwarzen Balken sind da, weil ich Thread spiele. Okay. Freunde, wenn ihr das Video bis hierhin geguckt habt, schreibt mal bitte sehr, sehr gerne euren Rank in die Kommentare. Ich bin gespannt, wie gut meine Community ist. Weil Unchalte hier auf dem Discord jeder unreal ist. Ich will mal gucken, wie gut die YouTube-Community ist. Und ja, schreibt mir auch einen Rank in die Kommentare. Okay. Zeig mal her, was du drauf hast. Okay. Guter Kill. Wieder Reload. Oh. Okay. Alter. 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 Fullbox. Er ist nicht schlecht. Er ist auf jeden Fall nicht schlecht, aber er ist ein bisschen wackelig. Ein bisschen wackelig und deswegen sage ich, Momo, du bist Dia 3. Unreal 4K Platz. Okay. Okay. Er ist ein Grinder dann. Dann grindet der viel. 100%ig. So. RxP Max. Okay, Max. Wir schauen mal drauf, was Max drauf hat. Alter. Warte mal. Das ist der aus dem Freeboot-Video, oder nicht? Maschallah. Maschallah. Er hat gemacht Edit-Parcours. Am Ende ein bisschen unsatisfying. Aber ich kenne Max noch. Ich sage, wenn Max gegrindet hat, ist er Unreal. Battle Royale Champ Reload Unreal. Ja, okay. Aber er ist auf jeden Fall ein guter Spieler. Das sieht man direkt. Für. Oh nein. Wir haben wieder Mist. Ach eh. Dieser Mann hier macht seit über einem Jahr bei meinem Guest The Rank mit. Und jedes Mal schickt er irgendwas von Heal-Off. Bug Abusing. Und jetzt. First Earnings. Kein Bug. Nichts. CG Helicopter on top. Ist das krank. Er holt mit Helikopter Earnings, Freunde. Er holt mit Helikopter einfach Earnings. In Solo Victory Cash Cup. Das kannst du auch keinem erzählen, ne? Das kannst du keinem erzählen. Er macht Heal-Off und gewinnt, oder wie? Er sitzt auf seinem scheiß Helikopter, frisst seine Mad Kids und kriegt dafür 100 Euro. Ja, wahrscheinlich findet er da nochmal 10 Mad Kids, oder? Wie lucky ist das denn? Und er gewinnt. Er gewinnt. Das ist crazy. Also Mist cool. Du bist wirklich ein Mist Stück. Spaß, 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 Spaß. Aber es ist crazy. Das ist wirklich, dass er jedes Mal bei Guest The Rank mitmacht. Aber diesmal sage ich sogar, es ist verdient. Weil es war nicht Bug Abusing. Und wenn ihn keiner runterschießt im Finale und alle so dumm sind, sind die selber schuld. Sind die selber schuld. So, Z-Raffi. Okay, Solo Cash Cup Clip. Aus der aktuellen Season. Oh. Okay, Edits sind gut. Alter, Pre-Fire. Schöner Pre-Fire. Er hat sogar noch mehr dazu geschickt. Oh, er hat wieder Solo Cash Cup. Zwölf Kills im Solo Cash Cup Final. Ne. Opens. Und er gewinnt. GG. Okay, warte mal. Ein Clip noch. Ein Clip noch und ich kann nicht sagen, ob er Unreal ist oder nicht. Spaghetti Grotto. Oh, er ist Unreal. Er ist Unreal. 100%ig er ist Unreal. Alleine, dass er im Solo Cash Cup so confident ist, ohne zu zittern, so spielt. Z-Raffi, du bist Unreal. Okay, er hat nicht gegrindet. Er hat nicht gegrindet. Aber er wäre Unreal. 100%. So, okay. Unski. Wir gucken rein. Was hat Unski uns hier geschickt? Auch wieder Reload-Modus. Krank, wie viele Leute Reload zocken. Oder lieber Reload zocken, anstatt normal. Warte mal, ich habe es jetzt nicht mal gesehen. Was hat er gemacht? Pumped. Edit. Durch die Treppe gepumpt. Okay, er hat sogar noch einen Clip mitgeschickt. Oh, Mongol Classic. Ja, Dia-Spieler getötet. Ich würde ihn sogar ein bisschen 1 über Dia einschufen. In Normal würde ich sagen, ist er Dia 3. Elite. Und in Reload ist er Unreal. Ja, ist klar. Jeder ist in den Reload Unreal irgendwann. So, der nächste, den wir haben. Niju Yeye. Wir gucken rein. Wieder ohne Ton. Macht 1v1 gegen seinen Kollegen. Steht 17 zu 15. Also ist relativ ausgeglichen. Okay, Controller-Spieler. Oh, Max Damage. Okay, nicht ganz Max Damage. Aber cleaner Kill. Wir schauen weiter. Was hat er noch so auf dem Papier? Okay, ein bisschen, ich glaube, er würde sagen, er spielt ein bisschen stretched. Granaten werden geworfen. Okay, ich finde Granaten so useless. 10er Pump. Edits. Oh, ja, war wackelig. Und er tötet einen Dia-Spieler. Das ist schon mal ein guter Tipp für mich. Was haben wir hier noch? Zone Wars Clip. Aber er riecht nach einem Grinder. Wisst ihr, wie ich meine? Ich glaube, er zockt viel. Boah. Er kann halt easy Unreal sein. Easy, easy. Und deswegen sage ich, er ist Unreal. Elite? Ey, wir hatten am Anfang so viele Unreal-Spieler, auf einmal nur noch Elite-Spieler. So, Freddy. Auch schon ewig am Start. Clip aus der letzten Season. Wir gucken rein. Aus Cash Cup, glaube ich. Okay. Okay. Alter, Freddy. Freddy, du Maschine. Und bei Freddy sage ich, er ist Unreal, weil ich weiß, der zockt immer viel. Mann, ich sage nie wieder, dass jemand Unreal ist. Nie wieder. Jeder ist Elite, weil ich glaube, es noch zu früh ist, um Unreal zu erreichen. Oder die meisten es nicht schaffen. So, wir machen weiter. Robi. Wir gucken rein. Schon wieder ein Creative Clip. Okay. Okay, okay. Oh, okay. Wir machen nochmal ein bisschen leiser, konzentrieren uns nochmal. Also, die Edits waren clean. Movewind ein bisschen wackelig. Also, nicht clean. Movewind nicht auf 100%. Deswegen sage ich, weil Robi, er ist... Bin ich jetzt schon... Ey, Unreal ist er nicht. Champion. Er ist Unreal. Ich bin der schlechteste Gäste-Rank-Typ, den es gibt. Okay, okay, okay. Wir schauen weiter. Felix. Wir gucken rein. Wieder ein Creative 1v1-Clip. Schöne Edits. Ja, aber auch Mouse-Control wieder nicht so clean. Ne, ne, ne. Das ist nicht Unreal. Das ist nicht Unreal. Ich sage, das ist Elite. 4.2 jetzt gerade. Peak Unreal. Ja, okay. Aber da habe ich schon ein bisschen besser getroffen. Da habe ich schon wieder ein bisschen besser getroffen. Bin der Typ mit den Switch-Aufnahmen von Handy. Okay, jetzt wird es wild. Jetzt wird es wild. Ab geht es. Oder von wann ist das? Der Arme ist ein bisschen lost. Und das ist ein Clip für dich? Er denkt sich... Yo, das schicke ich rein, um Kato bewerten zu lassen, welcher Rank ich bin. Da war noch Pizza im Spiel. Das war doch Chapter 4 oder so. Okay. Benjamin. Seien wir nicht böse. Du bist Gold. Gold 1. Bronze 3 damals und heute. Ihre effen Chat für den Arme. Armer Benjamin. Aber mach er, dass er mit reinschickt. Alter, wen haben wir hier? Taichi Fischi Chat. Der echte. Jeder weiß, dass er washed ist. Der Mann hat seitdem er nicht mehr mit mir spielt. Keine Earnings geholt. Wir gucken rein. Ich habe Taichi immer gecredited, Freunde. Deswegen. Ja, er ist komplett wackelig. Passiert ein Pump. Gegner rennt raus. Oh, schöne Cone. Oh, full piece. Alter. Ja, okay. Das war ein Platin-Gegner. Zählt nicht. Okay, noch ein Clip von Taichi. Warte mal, da bin ich. Ich bin auch mit dabei. Ich bin auch mit dabei. Er guckt einfach auf mich. Er guckt einfach auf mich. Full piece. Oh mein Gott. Franzose weggeschittet. Wichtig. Und erst mal Clip-Taste drücken. Okay, Chat. Wir müssen ja kein Geheimnis machen. Ich habe Taichi auf A-Nühe gecarried. Deswegen ist er natürlich... So, wen haben wir hier? Ovation 7 Saku. Sorry für alte Clip. Habt die Season wieder angefangen. Bist der Beste. Okay, Abfahrt. Das safe nicht seins, oder Freunde? Ohne Ton. Das safe nicht seins. Das ist doch von irgendeinem Pro eine Montage. Ist doch von irgendeinem Pro eine Montage. Hundertprozentig. Nein, das ist er nicht. Das ist er nicht. Aber wenn er das ist, dann ist er der beste Spieler der Welt. Guck mal, wie clean die Edits sind. Also so richtig clean, clean. Also, dass ein Zuschauer von mir ist. Bruder, lass du spielen. Saku, wenn du das bist, lass du spielen. Ich sag, der muss ja Unreal sein, dann muss er ja. Elite. Ja, okay. Ja, aber... Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr glaubt, dass das echt war. Ich glaube, das war er nicht. So, Mr. Noob. Okay, Mr. Noob. Zeig, was du drauf hast. Okay. Trios FNR getötet. Naja, ich weiß ja nicht, ob das jetzt so ein Flex ist. Okay, Double Edit gemisst. Okay. Aiming sitzt auf jeden Fall bei dem Mann. Oh, er spielt The Pit. Okay, The Pit ist schon mal minus 100 Aura, Chat. Weil das spielen nur NPCs. Okay. Das ist meine One-Water-Map. Das ist meine One-Water-Map, Chat. Macher. Direkt wieder plus 1000 Aura. Mr. Noob. Absolut macht seinen Namen nicht seit aller Ehre. Es ist so ein... Ich würde... Genau das ist ein Dia-Spieler. Wenn mich jemand fragt, was ein Dia-Spieler ist. Sowas. Dia 2. Ah, Dia 3. Aber das war richtig gut. Das hat man direkt gesehen. So, Spuck FN. Zeig mal her, Spuck FN. Okay. 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 EXD Reason Gotti, ey. Okay, er ist ein Reason-Fan. Er ist kompletter Reason-Fan, Chat. Okay, Reason-Fans sind 12. Können kein Fortnite spielen. Obwohl das gerade schon sehr gut war. Ich sage, er ist Champion. Okay, er ist unreal. Okay, der war crazy. Aber er war wirklich gut. Er war wirklich gut. Ich weiß nicht, ob man ein Clip von Creative oder Ingame reinschicken soll. Deswegen habe ich von beiden eins. Danke. Man kann beides reinschicken. Okay, wir müssen, glaube ich, muten. Wegen Dingsher. Wegen Copyright. Okay. Warte mal, was? Das will ich nochmal sehen. Das will ich nochmal sehen. Junge, er hat so den Edit-Parcours gefühlt. Aber es ist jedem schon mal passiert. Man fühlt, der Edit-Parcours wird gebombpumpt. Okay. Und jetzt noch ein Creative-Clip. Ach du Kacke. Was ist denn das? Was ist denn das? Aber war clean. Aber war clean. Sag ich euch ehrlich. Ist das unreal? Das muss unreal sein. Ich sage, es ist unreal. Oh, ich bin so gut. Ich bin so gut. So, wen haben wir jetzt? Cheesy 27. Wegen Schule nicht so viel am Spielen. Okay. Hey, der Gegner ist einfach Clip-Bot oder so. Hat er gerade einen Bot geklippt? Das sind, glaube ich, Bots. Plastik Bullets 62. Das ist doch ein kompletter Bot-Name. Okay, wir gucken mal seinen One-E-One-Künstler an. Okay, Maus-Control wieder nicht so gut. Edit-Sinn, okay. Ja, war okay. Das ist, also wenn ich es ernst sage, perfekter Elite-Spieler. Also legit perfekter Elite-Spieler. Ja, die hat drei, aber gut getroffen. Vom Skill her würde ich genau so einen Elite-Spieler einranken. So, Olne. Nicht viel Rank gespielt diese Season. Okay. Das sind halt noch 81 Leute live, ne? Das war Fokus-Anter. 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 Friesen ist auch noch live, warte. Alter, ein Schatz-Snipe. Boah, bist du alleine da oben? Ja, komm da oben. Okay. Beide solche großen Lachen. Okay. Also das ist witzig. Das ist ehrlich witzig. Ich glaube, er hat alle Kills in der Runde zusammengecuttet. Wenn er nicht viel spielt, er hat nur Dia-Spieler getötet, sage ich Olne. Er ist auch Dortmund-Fan. Das macht Minus Aura. Dia 3. Double Unreal Reload. Im Battle Royale Double Elite. Ah, okay. Elite. Aber schon mal gut getroffen. So, Wanne. Oh mein Gott. Also Wanne ist Crazy Chat. Die macht jedes Mal bei Gästen Rank mit. Ah, sie heißt sogar OVT-Wanne-Macherin. Sie macht immer nur bei No-Bild mit. Sie hat immer No-Bild-Clips. Wir schauen rein. Headshot. Headshot. Auch ein Headshot. Nochmal Headshot. Nochmal Headshot. Also die Frau hat es drauf. Save Unreal. Ey. Ich muss glaube ich muten wegen Copyright. Aber save, save Unreal. Wenn die vor allem nur Squads spielt. Aber übelst clean ist eben. Wenn man das so vergleicht von früher. Ich weiß noch, wo sie gespielt hat früher. Da war sie deutlich schlechter. Ah, das war es schon. Fühlt nur Sniper-Clips. Letzte Season Unreal Zero-Build. Ah, okay. Kann sein, dass sie diese Season noch nicht Unreal ist. Und deswegen sage ich, sie ist Champion. Werzeit Elite. Ja, okay, 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 okay. Wir dürfen nicht vergessen, die Season geht auch erst zwei Wochen. Nicht jeder hat so viel Zeit zu zocken, beziehungsweise grindet so viel Rank. So, Leo. Leo mit dem Trimax-Build. Wir gucken rein. Okay, landet hier oben auf High. Und tötet einen mit Auto. Geil. Leo dachte, das ist ein Clip. Das mache ich. Das lade ich hoch. Was hat Leo noch so für uns? Okay. Das war schon solid. Das war schon mehr solide. Noch ein Clip von Leo. Havoc Pump. Ja, Maus-Control. Ich sehe schon wieder das Maus-Control und weiß, er ist nicht crazy-crazy. Jetzt gebe ich dir, Leo. Ich gebe dir ein Elite. Aha, Champion. Champion. So, wen haben wir? Crikes. Crikes Gotti. Den Mann kennen wir doch auch aus dem Reload. Ne, doch, aus Reload. Im Replay. Alter, Alter. Triple Edit. Ey. Okay, das war clean. Wäre das jetzt noch in der Aufnahme, dann wäre 10 mal geiler. Aber er hat nur einen Dia-Spieler getötet. Aber der Peace-Control oder dieser Edip-Parcour war echt clean. Okay, Crikes ist, ich glaube, er ist ein bisschen besser als Dia. Wir geben ihn ein Champion. Champ, 33%. Gut getroffen. So, wir haben jetzt Kenning. Kenning. Zeig mal, was du drauf hast. Wieder Creative Map. Steht 17 zu 16 zwischen ihm und seinem Mate. Er ist Unreal. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Alleine die Tastatur hört sich schon professionell an. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, 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 er ist Unreal. Da reden wir auch nicht drüber. Mann, Mann, Mann. Ich bin so schlecht im Raten, Chad. Ich bin so schlecht im Raten. Das ist crazy. Er ist nur Elite. So, El Presidente. Okay, jetzt wird's wild. Wo soll ich denn überhaupt draufdrücken? Hier drauf? Bruder, du musst den Monitor filmen. Headshot, Snipe. Und das war's schon. Bruder, wie soll ich sowas bewerten? Alleine, wie er filmt? Dia 1. Warte mal, hier unten ist ein Dia-Zeichen. Guck mal hier. Wir haben ein Dia-Zeichen erkannt. Ich sage erst Dia. Aha. Aha. Richtig. Richtig geraten. Wie gut. So, wen haben wir hier? Akari. Der Bart bleibt. That's crazy. Jetzt kommt der Heli. Jetzt kommt der Heli. Null Kills. Ja. 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 Der Gegner will sich auch nicht wehren. Eww. Oha, sie verdeckt sogar bei dem Kill. Welcher Rank. Also bauen ist auf jeden Fall nicht ihre Stärke. Ah. Die Tieren auch nicht. Sprayen umso mehr, glaube ich. Oh. Oh, Schlau. Auf Edit von oben. Auf Spawn. Ja. Ja. Aim Edit V-Snap von Kato sollte helfen. Obwohl. Nevermind. Yo. Der Pull-Damage. Massiv. Massiv. Ist das krank. Gegner geht oben raus. Metz hat sie noch genug. Der Grappler. Auf High Ground. Also das ist fatal. Also das ist fatal. Also das ist fatal. Was habe ich hier gerade gesehen. Das muss ich dir nochmal angucken. Der Build Fight war wirklich massive. Dadurch, dass ihre Skills wirklich nur begrenzt sind. Und das, was ich gesehen habe, echt schlecht war. Gebe ich ihr ein Platin 1. Gold 3 kaum gespielt. Ja. Aber gut getroffen. So, Perry das Schnabeltier. Abfahrt. Zeig ja, was du drauf hast, Perry. Okay. Perry. Rette dein Mate. Alter. Alter. Perry. Pull-Beast. Platin-Spieler getötet. Ich werte ihn sogar über Platin. Ich sage erst Dia 1. Ah, Dia. Aber war schon gut getroffen. So, wen haben wir jetzt? Schrams. Wie gut ist der? Also schon mal Minus-Aura. Werden 1v1s Minis benutzt, Minus. Also wirklich Minus, Minus. Ich bin Squad. Du bist ein bisschen. Ja, okay. Ja, hat man nicht viel gesehen. Trace, ich gebe dir vom Skill her 4 oder 3. Ja, okay. Elite. So, Colin. Abfahrt, Colin. Zeig, was du drauf hast. Okay, Colin. Ich glaube, er hat einen Silberspieler getötet, wenn ich es richtig gesehen habe. Das war ein Silberspieler. Okay, nochmal Creative Clip. Auf 2. Ja. Ich glaube, der Gegner lief. Alter. Und das war es schon. Auch Dia. Auch Dia. Dia 3, ja. Das ist gut getroffen. Ach, du Kacke. Woiz, der Rentner. Warte mal, ist er im Chat? Freunde, hier seht ihr was, was ihr sonst noch nie gesehen habt wahrscheinlich. Und zwar, der Mann editiert mit Leertaste, ne? Er editiert mit Leertaste. Noch nie gesehen, dass das jemand macht. Mit Leertaste editieren ist verrückt. Aber mit Leertaste editieren ist Vogelwild. Wirklich Vogel, Vogelwild. Okay. Okay. Zwei Bots getötet. 19 Kills. Okay. Noch ein Clip. Umgefahren. Okay. Okay, nächster Bot getötet. Ey, aber dafür ist er gar nicht so schlecht, Chat. Dafür, dass er 81 Jahre alt ist und mit Leertaste editiert, war das mal gar nicht so gut. Okay, Woiz, ich gebe dir Platin 2. Ja, Platin 3. Aber gut geraten. Gut geraten. Warte mal, Wutzi hat auch noch reingeschickt. Dann machen wir Wutzi auch noch. Wutzi machen wir als allerletzten. So, ist wirklich der letzte. So, zeig her, was Wutzi drauf hat. Oh Gott. Starker Rush, Wutzi. Stark gemacht. Stark gemacht. Da müssen wir direkt noch einen gucken. Alter. Alter, wie geschmeidig. Okay, es war ein Silberspieler. Das war ein Silberspieler. Das ist ja wie Dreijährige treten. Aber ist ja klar, Wutzi ist Unreal Chat. Wir wissen, der Mann zockt den ganzen Tag. Wie gesagt, an alle, wenn ihr hier unten dabei seid und ich euch jetzt leider nicht angucke. Achtet auf den Discord darauf. Es ist wieder derselbe Discord wie letztes Mal. Beziehungsweise, das ist immer derselbe Channel hier. Wenn ich das das nächste Mal ankündige, dann seid ihr auch im Video dabei. Auch für alle Leute auf YouTube, wenn ihr das seht. Achtet auf den Discord, wenn ihr mitmachen wollt. Und dann seid ihr auch beim nächsten Mal dabei. Kuss Chat, danke von jedem, der es eingesendet hat. Wir hatten, glaube ich, über 50, 60 Clips gerade. Und ja. Let's try it. Vielen Dank.